Freunde, heute ist ein richtig guter Tag, da ich euch endlich die erste mobile Klimaanlage für schräge Dachfenster präsentieren kann. Hi und herzlich willkommen, die Universalhalterung. Der Midea Porter Split ist nach langem Warten nun endlich eingetroffen und damit könnt ihr das Gerät auch an Schrägfenstern oder Balkongittern, französischen Balkonen nutzen. Also auf geht's, herzlich willkommen in der Mutter aller Dachgeschosswohnungen. Wir haben hier quasi gar keine Isolierung, riesige Fenster und zwei direkt gegenüberliegende Schrägen im Dachspitz. Und ganz offen gesagt, hier ist es einfach immer 5 Grad wärmer als die Außentemperatur, daher freut sich Mochi, der Hauslöwe, auch schon über die lang ersehnte Abkühlung. Die Halterung gibt es für ca. 50 Euro und der Aufbau ist einfach und ohne Werkzeug zu erledigen. Die Teile sind dabei praktischerweise nummeriert und werden mit diesen Gewindeschrauben fixiert. Ein Teil, quasi die Rutsche, wird mit 4 Schrauben an der Rückseite vom Außengerät der Porter Split montiert. Ist das erledigt, bauen wir mit 2 Schrauben die Schrägfenster- oder Balkonhalterung zusammen. Je nach Vorhaben nehmt ihr für das Schrägfenster in unserem Fall dabei die letzten oder vorletzten Gewinde. Als nächsten Schritt kleben wir diese Gewindehalterung mit diesem Ultrakleber, den man aus dem Badezimmer kennt, mittig in das Schrägfenster und haltet dafür am besten die Halterung ruhig mal aus dem Fenster und lasst diese aufliegen, um die ideale Position zu ermitteln. Im Anschluss können wir die Außenhalterung einfach auf das Dach bzw. das Fenster in unserem Fall setzen. Es verhakt sich oben bereits selbstständig und wird an den vorher festgeklebten Gewinden festgeschraubt. Der unten aufliegende Teil ist erfreulicherweise gummiert und somit nimmt auch das Fenster oder die Ziegel keinen Schaden. Als letzten Schritt montieren wir noch das beiliegende Stahlseil einmal an der Halterung sowie der Rückseite von der Porter Split, damit auch wirklich nichts passieren kann. Also ihr seht, der Aufbau geht extrem schnell und das Ganze ist auch durchaus stabil. Durch den großen Haken an der Oberkante würde die Geschichte sogar ganz ohne zusätzliche Schrauben halten. Und nun kommen wir also zum großen Finale. Ihr schnappt euch das Außengerät der Midea Porter Split und lasst es entlang der Schiene einfach langsam nach unten rutschen. Passt dabei bitte nur auf, dass ihr euch den Abluftschlauch an der Unterseite nicht einklemmt. Der muss halt locker an der Seite rausbaumeln. Danach einfach loslassen und wir haben eine mobile Split Klimaanlage in einem schrägen Dachgeschoss. Was den Praxistest angeht, muss man in dieser Wohnung echt nicht lange warten. Ich habe das Messgerät einfach mal in den Schatten an die Doppelfensterseite gestellt und es wurden unerträgliche 36 Grad gemessen. Und an dieser Situation sind in der Wohnung wirklich bereits diverse Monoblock Klimaanlagen mit 9000 BTU und 12000 BTU an ihre Grenzen geraten. Und daher testen wir die Porter Split sogar bei leicht geöffnetem Fenster ohne Fensterabdichtung mit Klettverschluss oder ähnlichen. Und das Ergebnis ist dabei absolut überzeugend. Es sind draußen momentan 29 Grad und der Raum wurde von 36 auf erträgliche 25,8 Grad abgekühlt. Und das eben nur in drei Stunden in einer halbwegs isolierten Dachgeschosswohnung ohne Doppelfensterfront und mit einer Fensterabdichtung sind bei 30 Grad im Hochsommer sicherlich so realistische 20 bis 22 Grad Innentemperatur zu erreichen. Und dabei ist die Porter Split halt zudem angenehm leise und in meinen Augen halt die beste mobile Klimaanlage für jede Dachgeschosswohnung, gerade halt in der Miete, in der halt eben keine fest verbaute Klimaanlage möglich ist. Ja und der einzige Punkt, den ihr hierbei auf jeden Fall beachten solltet, ist das Gewicht vom Außengerät. Meine alte Mutter würde mit ihren 70 Jahren halt die 10 Kilo kaum aus dem Fenster raus und wieder reinbekommen. Es ist aber im Grunde halt so schwer wie ein Sixpack Wasser. Wenn ihr den also noch über die Schulter heben könnt, dann ist das Außengerät mit den praktischen Tragegriffen an der Seite für euch auch absolut kein Problem. Man sollte es halt nur beachten, dass man groß genug sein sollte und stark genug sein sollte, um das Außengerät eben raus und wieder reinzusetzen. Also falls ihr jetzt neugierig geworden seid, dann findet ihr meine beiden sehr ausführlichen Reviews über die Porter Split in der Infobox oder dem Abspann. Und zudem habe ich auch einen ausführlichen Testartikel auf meiner komplett werbefreien Homepage www.klimaanlagen-guru.de für euch verfasst. Und hier gehe ich auch bei den Reviews und dem Artikel auf Lautstärke, Stromverbrauch, Aufbau und alle wichtigen Punkte zum Gerät ein. Die Links zu meinen Empfehlungen und eben auch zu guten Klimaanlagen gibt es natürlich auch wie immer in der Infobox. Und ich habe auch beim Hersteller nochmal nach der aktuellen Verfügbarkeit gefragt, weil die Granate einfach in einer Woche ausverkauft wurde. Und so langsam ab Mitte August, Anfang September sollten die Dinger wieder verfügbar sein. Und ich selbst wohne halt in einer denkmalgeschützten Eigentumswohnung und darf das Erscheinungsbild der Außenfassade halt nicht durch ein Außengerät von einer Split-Klimaanlage verändern. Und lebe daher weiterhin sehr glücklich mit meiner umgebauten 2-Schlauch-Silent-Cool 26 Pro. Dazu mache ich euch auch gerne nochmal zeitnah ein Video zu meinem eigenen Setup. Und somit freut sich mein sehr guter Freund Fahrrad über eine Porter Split. Er hat zum absoluten Freundschaftspreis. Liebe Grüße an der Stelle und auch danke an Merve für das hervorragende Essen. Also Freunde, wie immer besten Dank fürs dabei sein. Bleibt gesund, kommt gut durch den Sommer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.